Willkommen zu einem 360 Grad Einblick in die Welt der BASF. Bei uns arbeiten weltweit über 100.000 Menschen in den unterschiedlichsten Bereichen. Gemeinsam verwirklichen wir Projekte in interdisziplinären und globalen Teams. Das nennen wir The Power of Connected Minds. Schau Bei uns im Labor arbeiten wir an der Oberflächenzusammensetzung von verschiedenen Materialien. Das sind Informationstiefen von bis zu 10 Nanometer und die Kunden brauchen das für ihre Forschung. Das ist wie eine Sendung mit der Maus für Erwachsene. Man lernt sehr viel über Alltagsprodukte, die man sonst einfach so gedankenlos benutzt. Es ist jeder kooperativ, alle sind bereit ihr Wissen zu teilen und das finde ich einfach toll. Die BASF ist tätig nicht nur in einem Segment der Wertschöpfungskette, sondern bildet den kompletten Bereich von den Rohstoffen bis hin zu kundenorientierten Produkten ab. Und in dieser Breite kann man es in keinem anderen Unternehmen finden. Das Besondere an der BASF ist, dass wenn sich jemand weiterentwickeln möchte, dass man da auch unterstützt wird und man hat eben auch die Möglichkeit an verschiedenen Stellen sich eben weiterzuentwickeln. Also für mich ist Forschung generell eine Teamarbeit und das ist bei der BASF, steht ganz klar im Vordergrund. Wir machen auch privat viel miteinander und das macht jeden Tag sehr viel Spaß hierher zu kommen und ja, das merkt man hier auch bei den Projekten und auch bei der Zusammenarbeit mit Kollegen, dass das Team im Vordergrund steht und dass man halt zusammen etwas erreicht. BASF – We create chemistry 3 3 5 5 7 10 Ed